Hallo Leute und Herzlich Willkommen zu einer Folge von Smite Hi! Heute spielen wir Mulan of the Zero Lane seit neuen Skin bekommen und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, weil ich gegen Gigamash antreten muss und ich hasse Gigamash abgrundtief! Yay! Das war sehr komisch das Sound gerade. Müssen wir überlegen was wir mitnehmen, weil wir sollten irgendwie ein bisschen tankier sein, aber... Okay, kann... Ja, nehmen wir dich, mit wieso nicht? Und dann am besten noch das hier. Ja, okay. Was... Die vorgeschlagenen Items sind komisch. Das mit und das mit. Und Teleport. Okay, ich werde sehr passiv spielen. Ich habe keinen Bock auf Gigamash. Ich möchte wirklich Gigamash auf keinste Art irgendwie funktionierend haben. Ähm... Ich habe gar keinen Bock auf Gigamash. Wirklich nicht. Also... Puh... Die Lust auf Gigamash ist einfach nicht vorhanden. Wirklich nicht. Oder warte, ist es Gigamash Support? Muss ich gegen... Warte, 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 wenn es nicht... Wenn es nicht Gigamash ist, dann wäre es crazy. Spawn nochmal bitte. Nein! Scheiße! Oh mein Gott! Das ist Kuckuck. Ähm... Oh! Okay, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Perfekt! Ähm... W-w-w-w-wenn wir jetzt so ein bisschen Buff machen. Ernsthaft, Minions? Ernsthaft? Muss das sein? Weiß, was? Ich gehe aber rüber und greife an. Oh, fuck! Upsi! Wollen wir mal kurz hier. Wow! Okay! Das kann nervig werden, aber es ist... Ich bin so viel fröhlicher, dass es nicht... Äh, Gigamash ist. Ihr habt keine Ahnung. Daran habe ich auch gar nicht gedacht. Wundervoll. Das ist wirklich richtig gechillt. Oh, das habe ich richtig gerne. So, dann habe ich eine schöne Runde. Äh... Kugelkan hat keinen Escape. Und... Äh... Joa. Macht mir natürlich Schaden, aber wenn ich... Wenn ich gut genug Defense baue, dann warst du mal für ihn. Was willst du denn machen, man? Das ist Verschwendung von deinen Fähigkeiten. So. Ich gehe back so schnell ich kann. Ja, Kugelkan ist perfekt. Kugelkan ist wirklich sehr perfekt für mich. Ähm, ich überlege gerade nur. Äh, 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 äh. Wow, ähm... Ich bin mir sehr unsicher mit den Items, die mir vorgeschlagen werden. Ich bin mir sehr unsicher. Wenn er nicht auftauchen wird. Perfekt, okay. Mein Vorteil gegen ihn ist gerade sehr, sehr enorm. Wenn ich jetzt noch, ähm, ähm, unseren John hat zu bekommen und noch ganken zu kommen, dann können wir ihn easy killen. Okay, die mir jetzt ein bisschen gefährlich. Oh. Oh. So. So. Ist ja nice. Und zwar übertrieben. Aber ich hab ihn gekillt und das bin ich fröhlich drüber. Bin ich sehr fröhlich. Oh, das ist... 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 Okay, aber vielleicht kann ich... Guck, ich kann gleich nochmal abfangen. Ähm, warte. Drei Sekunden. Drei. Zwei. Eins. Und dann ist... Ja. Also... Joa. Auf jeden Fall ist es recht vorbei. Scheiße. Für mich jetzt auch. Ah, scheiße. Das war dumm, ich hätte es wirklich gewesen sollen. Aber es war einfach dumm für mich. So, ähm... Hat sie nicht festbekommen? Hat sie nicht, sehr schön. Oder ja. Und das mal mit. Ansonsten, wir können auch nicht auf Damage gehen. Wieso macht das nicht? Ich weiß es nicht. Egal, lauf mal rüber. Cool, Kanzler bei 3 ist es... Ja. Wieso halt das nicht? Achso, wegen Medi. Ja, bekommt einfach easy. Oder? Ähm, Retreat. Äh. Scheiße. Oh, Kacke. Schade. Ähm, ja gut. Es war, scheinbar, nicht der Diki, den ich erwartet hätte von ihm. Aber gut. Das ist sehr blöd. Ähm. Wow. Das war, das war, das war sehr blöd, möchte ich sein. Das hätte ich hätte, das ist Kluke auch gleich ult und nach der Wave wahrscheinlich nicht. Das ist kein riesiges Problem, weil ich einfach ein bisschen, weil ich schon Defense habe und ich noch mehr Defense gehen werde. Aber trotzdem ist halt... Oh. Oh, schade. Egal. Ist kein Problem für mich. Ich kann auch den Buff machen, was willst du von mir? Also, er muss halt erstmal treffen, so, und bisher schafft er das nicht so ganz. Thor ist mir grad bisher recht egal. Ich kann einfach unten lang gehen und fertig ist. Ich hab nochmal ne Ulten, 20 Sekunden wieder. Oh, er macht da hinten das Teil. Ja, bekommt's. Ähm. Okay. Was geht bei Koko ab? Der ist... Ähm, gut, das war's weg. Ich geh, glaub ich, gleich noch ein bisschen, äh, Physical Defense. Äh, nicht, ich geh Hybrid. He, äh, halt wegen, ähm, Murky macht mir zu viel Schaden, das gefällt mir nicht. Und die Gegner haben einfach sehr viel Physical Damage mit Gigamash und, äh, halt... Der hat einfach sehr, sehr, sehr viel Physical Damage. Und dem will ich aus dem Weg gehen. So. Ach, Koko ist da. Schade. Scheinbar noch kein Tower für mich, aber dürfte ja eh gleich was, äh, dürfte ja eh gleich sofort sein. So. Modan spiel ich ja auch übertrieben gerne. Oh, scheiße. Nein, nein, nein. Egal. Das sieht nicht gut für mich aus, wenn der jetzt irgendwie was macht. Ich kann dir da nicht viel helfen. Ähm. Oh, wir wollen keinen Tod haben hier. Okay. Also es ist keine gute Idee, noch hier zu sein, um echt zu sein. Aber egal, mein Buff. Okay. Kurkan hat vorhin schon geurteilt an sich, könnte ich jetzt hier fighten. Meine, äh, zwei dürfte mich beide auch heilen. Oder warte. Na. Das Problem ist, einfach, dass Mercury noch da ist. Oder ist er noch? Okay, ist mein Mercury. Was ist dumm von mir? Warte, können wir dich hierherlocken? Nee, können wir nicht. Schade, das wäre lustig gewesen. Das wäre richtig, wäre richtig nice gewesen. Hätte ich nicht schon killen können. Aber naja. Ähm, ich darf mich überschätzen. Erstmal Beck, wir wollen, äh, Physical, Magical Defense haben. Nicht vorgeschlagene Items. Ähm, ich bin mal kurz mit. Und dann, ja, ich gehe, ja, ich gehe, glaube ich, in die Richtung. Dankeschön. Sepertieren wir uns. Okay, es ist wirklich sehr ausgeglichen noch. Ich muss anfangen, äh, auf Anerlineselfen, glaube ich. Weil, so wie ich gerade spiele, macht es nicht viel Sinn. Oh, hi. Schade. Ich muss näher rangehen. Ich verstehe nicht ganz, deswegen, dass ich so krass aufspiele. Obwohl er einfach, äh, den Anfang so hart gegen mich verloren hat, dass einfach so eine komplette Runde vorbei ist, so. Er war einfach genau nichts, trifft, so. Okay. Berudi hat Spaß. So. Dann komm mal her. Also, kurzer Schaden durch den Wirbel ist halt nix. Wenn ich einfach reingehe und er, äh, beim nächsten Messer ist er gleich tot. So. Okay. Warte, Mercury ist mittel. Oh, das ist perfekt. Wenn Mercury mittel ist, dann ist es perfekt. Äh, das ist perfekt. Der Typ ist besonders. Du bist sehr besonders. Also, dass er mir ins Geholtet hat, er hätte einfach die Old behalten sollen. Weil, kümmer, es passiert halt einfach, dass, dass man einen Dain fertig gemacht wird. Es passiert einfach, ist logisch. So. Aber, ähm, keine Ahnung. Das dann so doof zu spielen, ist halt auch besonders. So. Zack. Dankeschön. Ich möchte einfach auch meine, meine, meine verbesserte 2 bekommen. Die hat irgendwie immer am längsten. Da tauchst du auch noch nicht weg. Okay. Ich brauch noch ein bisschen Geld. Äh. Oh, der Hard-Crawl-Control-Effekt war, glaube ich, eine gute Idee, das mitzunehmen. Schade. Was machst du? Du hast wirklich den Tower an. Ich hab Ult. Jetzt gleich sofort. Ähm. Okay. Die Ult war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Aber danke. Ich überstelle gerade hart. Ich überstelle gerade hart hart. Ich geh' weg. Ich hab' teleport. Nee, hab' ich nicht. Okay, ist egal. Ich muss back gehen. Ich überleg' gerade, was wir lieber haben. Will ich das nehmen oder das hier? Ähm. Hard-Crawl-Control. Äh, also... Ja. Ja. Äh. Effect or root. Ja. Die haben hart... In dem sehr viel Hard-Crawl-Control. Nehme das mit. Nehme das mit. Okay. After all, bisher wird ich sehr entspannt. Das Böde ist, man Tower könnte jetzt erstmal viel Schaden bekommen wegen, ähm, Mercury gerade. Der hat den mir jetzt eingepusht hat. Ich... Könnte mich jetzt auch vielleicht... Warte, ich geh' in die Mitte. Ich probier' in die Mitte lang zu gehen. Ähm. Oweku, keinem bekommt irgendwas. Okay, lol. Stopp. Scheiße. Oh, nee, du kannst das. Ähm. Scheiße. Ähm. You're wrong. Perfekt. Wohl, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Out, 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 lasse mich rausziehen, lasse mich rausgehen. Er hat überlebt? Okay. Uh. Oh, scheiße, oh, scheiße, 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 scheiße. Ich bin sehr tot. Ah, cool ist das, als, der ist cool, ja, also guck ich mach 0 6 1, es ist halt, ähm, ja, was man dazu sagen, das ist halt, er macht sehr traurig, so, und ich, ich versteh den Typ wirklich nicht, also er lacht die ganze, obwohl er einfach einer der schlechtesten, die man wahrscheinlich seines Lebens hatte, gefühlt, ich überleg grad, will ich Heavenly Wings mitnehmen, ne, Sheer of Thorns, Sheer of Thorns ist perfekt eigentlich, warte, was ist denn ich grade Frage, ne, wirklich, ich dachte grad schon, äh, warte, ich hab mich rüber, ich mach das eh weg, aber das ist kein Problem, cool, kein ist Level 5, äh, Level 10 und erst Level, okay, 15, ich dachte grad schon, oh, du hast mich getroffen, oh, schade, Brudi, was geht bei dir ab? Okay, fuck ja, damit ich raus, scheiße, okay, der damage war wenigstens da, ich hatte irgendwie, äh, keine Ahnung, das wär, wär nett gewesen, hätte, wär er den gefoll, äh, während sie den gefollt und hätten sie mir geholfen, aber, gut, ähm, da ist es halt blöd gelaufen, warte, wieso hilft er nicht, oder ist er tot, oder? Oh, ne, doch, er ist wahrscheinlich tot, oder auch nicht, perfekt, in dem Fall übertrieben, das war nicht gut gesetzt, aber, wenn er rauskommt, er ist perfekt, uh, okay, muss man aufpassen, dass ich jetzt nicht mehr so viel sterbe, ist halt, äh, ja, keine Ahnung, ist halt sehr unnötig oftmals, ich hab meine Ult in 20 Sekunden, aber ich konnte auch sehr viel Schaden machen, was, wo ich sehr stolz drauf bin, ich hätte sie fast noch, äh, ich hätte sie nicht fast noch gekehlt, aber ich hätte, oh, das, da, da solltest du gehen, junger Mann, das ist ein 19,9 Ult, 7,6, perfekt, nee, nee, sehr schön, oh lol wie ist das so schnell, wie ist das Mercury, ähm, ich glaube nicht mehr, dass er noch irgendwas machen kann, um ehrlich zu sein, wir haben unser Mercury einfach verfolgt und uns alles hier ganz gechillt hier, müssen nur aufpassen, dass er nicht stealt und, äh, ja, jo, sieht recht gut für uns aus, ich überlege gerade, das ist mal vererben, das ist mal vererben, schade, dann gehen wir halt back, ähm, ich habe noch nicht genug, doch, wir gehen back, es macht keinen Sinn, hier zu bleiben, macht gar keinen Sinn, meine Fähigkeiten sind noch bald, äh, auf dem höchsten Level, also auf der höchsten Verbesserungsstufe, ähm, ich finde, wir könnten Kugelkern nochmal weiter killen, also, der muss, der muss am Ende noch 010 mindestens stehen, hast du sogar gereimt, hehehe, so, okay, schön, Fähigkeiten aufleveln, sondern Fähigkeiten verbessern, hat man Buff gemacht, ekehaft, wo ist Kugelkern jetzt, ich will, ich will ihm besuchen, ich will ihm Hallo sagen, so richtig geil, er pusht wirklich und dann geht er sofort weg, weil er auch weiß, dass er einfach instant tot ist, so, ich soll mal meine Wards setzen, oder, das wäre eine klugige Idee, meine Wards zu setzen, so, ähm, ja, Level 13 ist er, genauso wie ich, wow, ich bin ganz schön weit hinten vom Level her, weniger gut, aber egal, das ist kein Problem, bin recht, der Tau ist weg, oder, der Tau dürfte weg sein, ja, sehr schön, perfekt, ähm, das da haben wir gemacht, wir wollen mal kurz ein Fight-Rent, bevor dadurch irgendwer auftaucht, bin mir sehr sicher, dass die das immer als Falle benutzen wollen, so für mich, der darfst gegen mich, ich wusste es einfach, okay, schade, oh, fuck, oh, fuck, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder, ach, Curse, das Alter ist immer das Gleiche, sind die Pre-Mate oder so, ne, ist nicht immer das Gleiche, Alter, ist das ein Deutscher, okay, ja, gut, ich lass mich da auch viel zu sehr auf die ganzen Fallen ein, das ist richtig dumm, oh, das war ne sehr gute Ult, der hat ne sehr, sehr gute Ult, so, okay, Kulkan ist da hinten und wir den Tower killen, also, oh, das war dumm von dir, Leute, pass auf, dass ihr jetzt da hinten nicht sterbt, weil, oder, so, bekommst du, ja, gut, ja, wir benutzen Kulkan die ganze Zeit als Falle einfach, das find ich so lustig, weil er einfach so unnötig ist und so schlecht ist, ist dann immer schön, der Typ ist aber wirklich noch ein Witz, weil die nutzen diesen Witz auch wirklich sehr gut aus, um ehrlich zu sein, ich glaub, ich lass ihn einfach in Ruhe und lass mich da einfach nicht die ganze Zeit kehren, das ist einfach dumm, weil, ich muss auch damit rechnen, dass einfach jeder Moment irgendwie immer der, 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 wie heißt er, der Mercury sozusagen hier ist, um Kulkan zu verteidigen und bis man nicht zu verteidigen ist, einfach um sich, um sich den Kiel abzustaben und dann, ja, keine Ahnung, am Ende kann es mir eigentlich auch egal, solange wir den Tower verteidigen, sollen wir das, soll ich das schnell machen? Welche Zeit dazu hätte ich, und den Schaden auch? Solange ich jetzt, solange ich jetzt, oh, fuck, komm schon, Mann. Alter, was ist denn ein Arschloch? Ähm, das ist der Einzige, mit dem ich krass kehren kann. Ich brauch halt noch mehr Defense. Ähm, ja gut. Hä, äh, okay, ne. Mercury ist unglaublich schnell, er hat so viel Move-in-Speed. Oh, den können wir kehren. Jetzt die Frage ist, okay. Würde gehen an deren Stelle. Das ist keine gute Idee, hier zu sein. Schade. So. Perfekt. Ich würd' gern mal ein bisschen mehr Kits, äh, ein bisschen mehr Kits bekommen. Aber, okay. Ähm. Die Frage ist gerade. Bekannten, an sich, wirklich. Wir müssen uns einfach nur rüberbewegen. Also, äh, vorher wär schon Kuckuck zu kehren, bekomm... Ja, der Typ ist tot. Ähm. Macht der Fighter jetzt noch einen Sinn? Der Typ wird nicht wegkommen. Seh ich nicht ein. Leute. Okay. Der Typ steht 1, 9, 2. Und der Mercury lässt sich kehren. Ne. It's too late. Hier. So, ist aber viel zu spät. Oh man. Das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, ist, äh, hier. Tor zu verteidigen. Und überhoffen, dass wir gegen Herzen falschheitlich machen werden. Mich nervt zu übertrieben hat, dass der, äh, hier. Dass Kukukan kill bekommen hat. Weil Kukukan ist und hab ich schlecht. Der Typ ist wirklich schlecht. Ähm. Oh. Ja, kann... Mach das, mach das wirklich alleine. Aber ich lass das, ich hab da keinen Bock drauf. Ich kann ihm nicht helfen. Sonst kann ich nichts dagegen tun. Typ ist... Also, der, der, der Mercury ist der Einzige, der mich einfach easy killen kann. Der Rest ist okay zu fighten, aber Mercury ist so. Ich muss diesen, äh, gegen Crit mitbauen. Leute, geht einfach bitte. Das macht halt keinen Sinn. Dich hier. Genau, Spectral Armor. Ach Leute. Das muss jetzt nicht sein. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Es ist so unnötig, dass die da jetzt sterben. Wir haben die da gefightet. Es war so unnötig. Oh, ich bin noch reingelaufen. Verdammt. Komm schon. Aber egal. Es war schnell weg. Ähm. Ich gucke, ob ich keinen mit dem Tau drin bekommen. Weiß ich denn, ob so ein... Ach, kacke. Ab so einem bestimmten Punkt ist mir, äh, auch egal. So. Ich find's sehr süß. Okay, wir greifen den Tower an. Wir haben gerade die Zeit dazu. Wir hatten gerade die Zeit dazu. Okay, cool, kann es wieder da. Ähm, wer ist da? Unser liebster... Unser liebster... Oh, er ist hinter mir. Wissen, ich will dich angreifen, Dude. Also, Sheldon's War selbst zu zweit könnte mich nicht kehren. Ich mach genug Schaden. Ich heil mich genug. Äh, wir haben Speeds. Okay, wir brauchen Wards. Wir brauchen Wards. Mit den Fallgiant Warden erstmal. Wäre vielleicht sehr nützlich. So. Zack. Ist noch Anti-Ward? Nee, ist nicht okay. Aber wir müssen natürlich aufpassen. Ich möchte jetzt nicht, ähm, dass die Gegner uns da trotzdem noch fertig machen, trotz den ganzen Vorteilen, den wir haben. Ist immer ne Falle. Immer wo, 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 äh, hier. Wo alleine ist, ist es ne Falle. Das ist einfach sehr offensichtlich ab, 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 Punkt, so. Weil irgendwo in der Nähe wird Mercury sein und so weiter. Und, keine Ahnung. Es macht dann auch keinen Spaß, dagegen zu kämpfen. Ja, genau, da waren noch mehr Leute. Sollten, na, okay. Die Feinden, jetzt würde ich, oder? Ja, ich hab keinen, ach, ich kann Teleport. Äh, oh man. Egal, ist das, was passiert? Nein. Dude. Nein. Nein. Du, wir verlieren das instant. Wir müssen halt wenigstens die Stärksten von den Keen. Weil es nicht Kulkan betrifft, aber der Rest ist gegen uns schon Teams. Und wieso ist der denn alleine? Und wieso hast du gerade für Kulkan geultert? Das ist so Verschwendung. Es ist so Verschwendung. Okay, du kommst zurück. Nimmst du dich mit, ja. Okay. Wir haben einfach die Unnötigsten von den Gegnern tot. Dafür sind aber zwei unserer wichtigsten, äh, ja, an sich alle unserer wichtigsten gestorben. So. Ja, den Bekett bekommt er schon perfekt. Wieso? Da war doch das Zeichen. Hä? Da war das Zeichen, wieso das nicht funktioniert. So, okay, ja, der ist weg. Oder? Ist noch nicht überrascht. Krass, sehr cool. Jetzt kann man den Fighter angreifen. Also, keine Ahnung, aber... Das ist halt dumm, den viel zu früh anzugreifen, weil wir einfach nichts haben, sogegen. So. Hi. Ich kann schön tanken. Ich kann... Out. Machen wir halt guten Schaden. Alle leben wieder. Awesome. Ähm, perfekt. Ich wollte... Mein Problem ist, ich will den Fighter nicht machen, wenn der Gegner da sein könnte. Und, ähm... Ich hatte halt oft genug, weil nicht immer schon in meinen Videos solche Situationen, wo einfach... die Gegner dann auf einmal da waren. Und wir alles verloren haben, weil die einfach, äh, ja, uns in Fighters gesteilt haben. Ähm... Da hab ich halt gar keinen Bock drauf. Halt wirklich nicht. Und... Das ist durchverständlich. So, soll ich Sledge mitnehmen? Warte, warte, ich sollte vielleicht das mitnehmen. Ich bin mir sehr unsicher. Ähm... Verdammt. Ähm... Was ist denn mit Sledge mit? Oh, what? Zack, zack. Okay, perfekt. Mercury streamen. Äh... Ja. Wir müssen auch noch aufpassen gerade. Weil an sich läuft es wirklich gut gerade. Bin nicht sehr froh drüber. Also, es ist ja nicht wirklich gut. Es ist doch schon wirklich gut. Wir müssen halt einfach nur... Ah. Okay, wir sind hier drüben. Ich geh mal hier unten entlang. Ähm... Perfekt. Ähm... Nö. Okay, perfekt. Der Gegner hat schon ein wenig mehr Schaden gemacht, dass ich komplett kriege, oder? Wahrscheinlich. Ja, okay, der Schaden ist unangenehm. Hi! Schade. So. Ich kann ein bisschen tanken. Autsch, Entschuldigung. Also ich kann ein bisschen tanken, ist mir egal. Awesome, wir können enden. Ja, wir können's beenden. Ich will jetzt keinen Bock, das noch irgendwie länger zu ziehen. Was? Egal. Es hat kurz geleckt. Bonsai, yay! Sehr cool, das war eine coole Runde, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht, wow. Also natürlich, so krass gegen Kulikant zu gewinnen, ist halt schon angenehm. Der Typ war einfach anstrengend. Ich weiß nicht, was mit ihm abgegangen ist, der war komisch. Aber so eine wirklich sehr angenehme Runde. Das müssen wir nur noch in den Endbildschirm reinkommen. Hoffentlich, vielleicht, werden wir es sehen. Ja, perfekt. Okay, alle haben perfekt gespielt, wirklich. GG. Easy. Easy. Oh, nö. Nice Soda. But Trash Team, nice Soda, reporting. Mwah. Paul, cool, cool. Ich weiß wirklich nicht, was mit ihm abgegangen ist. Also der Kugel kann, war aber strange. Dude. Dude. Just don't. You were so bad. Don't say anything at this point. Just, um... Das war falsch geschrieben, also... Ist dafür falsch geschrieben, aber egal. Äh... Na. Okay. Dann... Ne, ist noch nicht das ein Schaden. Am zweitmeisten aus meinem Team, am drittmeisten aus der ganzen Runde. Aber auch angenehm. Du... You lost... So bad. Es ist halt einfach keiner... Wirklich... Also ab dem Punkt, seit mir einfach aufhören zu reden. Nimm einfach an, dass du hart verkackt hast. Und das ist egal. Wirklich. Das ist ja immer noch peinlich. Everybony. Egal. Okay, die Rakes sind aber auch schon strange von ihm. Puh, der Typ hat keinen guten Morgen, Super-Purper-Profi. Okay, gut. Ich hoffe, mich hat dir gefallen. Abonniert gerne, falls es noch getan wird. Lass gerne einen Like da. Okay, passt euch auf. Abonniert, falls ihr das nicht getan habt, wie immer, falls ihr euch gewünscht habt, welchen Gott ich jetzt nicht will, sondern ihr könnt mir Kommentare schreiben. Dann passt euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.